Comicland News Was mit einer verrückten Reise nach London begann? Feiert endlich Premiere! Der Crazy Professor! Die Pforten für die neue Saison sind geöffnet und auch für den neuesten Ride! Also, ich bin Migou und es ist ziemlich erschreckend gewesen. Hoi miteinander, meinst Familie Makaronenvolle. Wir sind hier heute zum ersten Mal beim Crazy Professor. Das ist eine coole Bahn. Ich bin als Vortester für die Familie gegangen. Ich habe das Lese gefunden. Dann sind die Jungs mitgekommen. Wir sind zweimal gegangen und cool. Wir kommen wieder mal. Darüber wird sich der Crazy Professor freuen. Heute haben wir. Ich bin Dario. Und mir hat die Thematisierung sehr gut gefallen. Es ist sehr spannend und gut gemacht. Und ein perfekter Ride, finde ich. Der Crazy Professor. Ab jetzt im Connyland. Connyland News.